Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zum Türchen Nummer 4 des Advent of Code Adventskalenders 2022. Heute haben wir ein bisschen Intervall-Action. Hier ist schon mal so eine Beispielliste gegeben und hier unten ist aber ein bisschen ausgewalzt, was mit der gegebenen Liste hier oben gemeint sein soll. Was wir hier sehen, sind pro Zeile jeweils zwei Intervalle bzw. zwei Bereiche. Wir sehen jetzt 2 bis 4, also die Zahlen 2, 3, 4 und wir sehen 6 bis 8, das heißt die Zahlen 6, 7, 8. So, das sind jetzt zwei Bereiche, die sind total disjunkt, sind weit auseinander. Es gibt keine Schnittkanten, Schnittpunkte, Schnittmengen oder sonst was. So, wir haben ja noch mehrere Bereiche und Intervalle gegeben, auch das zweite Intervallpaar, 2, 3, 4, 5. Die liegen sozusagen aneinander an, aber auch hier gibt es keine Schnittmenge, kein Schnittpunkt. Die dritte Zeile, da sieht es schon anders aus, 5 bis 7, also 5, 6, 7, 7, 8, 9. Hier teilen sich beide Intervalle die 7. Und das nächste Beispiel ist ein absolutes Extrem. Hier ist eine große Schnittmenge von 3 bis 7. Und noch dazu wird der zweite Bereich total vom ersten Bereich umschlossen. Das gleiche gilt auch für die vorletzte Zeile. Hier oben die vorletzte Zeile, 6 bis 6, 4 bis 6. Also einmal nur die Zahl 6. Ah ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen bei diesem Bereich. 2 bis 4 war 2, 3, 4. Also die beiden Grenzen, die linke Grenze und die rechte Grenze, in dem Fall ist hier 2 und 4 oder 6 und 8, 2 und 3 und so weiter. Die Intervallgrenzen sind hier inklusiv zu verstehen, beide. Das ist zum Beispiel anders als im Python, wenn man zum Beispiel eine Range programmiert, für i in Range 1 bis 10, ja, dann geht es inklusiv bei 1 los, zählt hoch bis zur 9, endet also exklusiv bei der 10. Aber hier sind beide Grenzen inklusiv. Und deswegen so 6 bis 6 umfasst genau das Element 6. Hier ist es dann aber auch wieder, dass der erste Bereich total enthalten ist im zweiten Bereich. Wenn auch knapp, aber immerhin. Und so weiter. Also die erste Aufgabe besteht jetzt darin, all diejenigen Intervallpaare zu identifizieren, wo genau diese Situation vorliegt, dass ein Bereich vom anderen total umfasst wird. Und das ist kein Hexenwerk. So, anhand des Beispiels, wir haben es ja gerade durchdiskutiert, die Antwort ist 2. Nämlich, nämlich das vorletzte Paar und das Paar davor. Das drittvorletzte und das vorletzte. So, da war auch nicht sonderlich zu viel zu programmieren an der Stelle. Ich hole mir mein Raw-String rein, zerlege den in seine Zeilen. Die Zeile zerlege ich am Komma in den einen Bereich links, den anderen Bereich rechts. Und die beiden Bereiche zerlege ich jeweils am Bindestirch in ihre Intervallgrenzen. Das habe ich hier so A, B, C, D. Das sind jetzt String-Ausdrücke der Intervallgrenzen. Mit dem Integer-Konstruktor kann ich die dann auch noch in vernünftige ganze Zahlen transformieren. Dann führe ich ein paar Vergleiche aus und anhand derer entscheide ich, ob jetzt der eine Bereich im anderen enthalten ist oder nicht. So, und das sieht wie folgt aus. Ich gucke mir an, ob die, ja, A und C sind ja jeweils das linke Intervallende des ersten bzw. zweiten Bereichs, B und D, das rechte. So, ich gucke mir also an, ist A größer gleich C und B kleiner gleich D, das heißt, das Intervall A, B läge in C, D drin. Aber aus Gründen der Symmetrie muss ich die Frage sozusagen umgekehrt auch noch einmal stellen. Und dann bekomme ich ultimativ meine Antwort. Der zweite Teil der Aufgabenstellung heute, der ist sehr stark ähnlich gelagert. Hierbei suchen wir jetzt nicht diejenigen Bereiche, die sich total enthalten, sondern hier suchen wir jetzt grundsätzlich unter allen Intervallpaaren all diejenigen Paarungen, wo es irgendwie geartet eine nicht leere Schnittmenge gibt. So, gucken wir nochmal. Also hier im ersten Beispiel, die schneiden sich nicht, ja, ist sogar eine Lücke Abstand. Die zweiten schneiden sich auch nicht, sie liegen engeinander an, aber es gibt keine Zahl, die von beiden geteilt wird. Denn hier ist die sieben der Schnittpunkt, also das hier ist so ein Kandidat, der nach der zweiten Aufgabenstellung gezählt wird. Denn hier die total enthaltenen Bereiche, die gelten immer noch, also auch ein Kandidat, das Nummer 2, Nummer 3 und hier gibt es auch eine Schnittmenge mit 4, 5, 6, 4. Es gibt also hier vier Intervallpaarungen, die das Kriterium der Aufgabenstellung 2 erfüllen. So, der Code dazu ist fast identisch zum Part 1. Ja, also die ganzen Operationen am Anfang sind, sind gleich. Ich hole mir das RAW rein, gehe durch die Zeilen durch, zerlege an den Kommatas, zerlege an den Bindestrichen, wandle die Intervallgrenzen in ganze Zahlen um und dann kommt eine Reihe von Kriterien, die es abzuprüfen gilt. Und zwar prüfe ich hier, dass das erste Intervall a, b, gucke ich, ob a kleiner gleich c, b größer gleich c, also ob das erste Intervall den linken Randpunkt des zweiten Intervalls umschließt. Wenn ja, dann gibt es einen Überlagpunkt. Beziehungsweise kann ich auch fragen, ob a kleiner gleich d und b größer gleich d, also ob der das erste Intervall den zweiten Randpunkt umschließt. Dann gibt es auch eine Überlappung. Und aus Symmetriegründen muss ich diese Fragen umgekehrt auch für das zweite Intervall anhand des ersten Fragen. So, da sind das die vier Fallunterscheidungen, auf die ich gekommen bin und damit konnte ich meine Aufgabenstellung lösen. Und mehr ist am Türchen Nummer 4 auch nicht weiter dran. Liked und subscribed, wenn ihr mögt, was ich hier mit meinen Videos mache. Mein Kanal ist nicht monetarisiert. Ich verdiene damit kein Geld. Ich freue mich nur über positiven Response oder über eine Reaktion. Vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich bei einem nächsten Türchen. Bis dann und ciao, ciao.